Musik Hier sehen Sie eine neue Entwicklung von uns. Das ist ein Hohlwellenplanetengetriebe. Wir haben uns bei HarmonicGreif auf verschiedene Produkte konzentriert mit Hohlwellen. Bekannt sind wir für unsere Harmonikgetriebe mit Hohlwellen. Hier sehen Sie mit Planetengetriebe. Ich stelle Ihnen gleich auch eine Variante mit einem Topmodus. Die Besonderheit bei HarmonicGreif ist, dass wir uns jetzt nicht nur um die Mechanik kümmern, sondern dass wir auch die Motoren selber entwickeln und auch produzieren. Auch Entwicklungen betreiben, um eigene Messsysteme herzustellen. Letztlich eine komplette antriebstechnische Lösung anbieten wollen. Und letztlich uns als Problemlöser für unsere Formen begreifen. Hier haben wir eine weitere Neuigkeit unserer Firma. Ein Hohlwellenplanetengetriebe mit 30 mm Durchmesser und 220 Nm Drehmomentübertragung. Und diese können wir einstufig oder zweistufig ausführen. Und hier finden wir ein Beispiel für ein zweistufiges Planetengetriebe mit einer Untersetzung von 11 zu 1. Und wie gesagt, herfuß werden die Hohlwellen, die ein wichtiges Merkmal für viele technische Anwendungen sind. Hier ist ein Torque-Motor, den wir unseren Kunden vorstellen wollen. Wir haben damit unser Produktprogramm erweitert, dass wir nicht nur Getriebe-Motor-Lösungen anbieten, sondern auch ein Torque-Drive. Und somit können wir viele Anwendungen als Komplettanbieter in der Antriebstechnik realisieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017